Musik 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 Benny nicht darauf Oh wir waren da drüben, genau Benny Braver Junge, braver Junge Ja man Wartet auf mich Ihr Pedos Ich hab Benny das Gesicht gesehen Aber Schreck Was siehst du, was siehst du Es kommt ein Wurm Oh er ist bei Bern Das finde ich gut Feiter ihn Da ist dieses komische Herz Wollen wir nicht, brauchen wir nicht Weil wir später vom Wurm alles kriegen Und sogar Seelen später, ja Esson Sag mal Benny Hast du gerade die Lava zugebaut Pfff Wie geht das, Wichser Wie kann er Lava zubauen Das geht doch gar nicht, oder? Kann er gar nicht Ja, Lava hab ich gemacht Ne, mach nochmal Benny, ich wills Ich wills sehen Niemals, nein Ich wills nicht nochmal machen Cheater also hier Gar nicht wahr, ich hab die Lava nicht zugebaut Da war halt noch eins frei, und? Ey, bleib mal rum Kupfer Hier Den Gang finde ich nicht so toll Weil der nicht safe ist Wuhuuu Hilf mir mal Oh megeil, ich hab ne Holzplattform Oh megeil, ich hab ein paar mehr Oh megeil, ich hab verdammt viele Holz Lass mich Nein Lass mich Nein, lass mich nicht Fack ihn dann seinen Penis An seinem fetten Panis Hör mal Hör auf mich zu schubsen Pädophil Bau dir ein Schloss Vorsicht Lava Also hör mal, das geht so nicht Ja, sonst kommt man nicht runter, du Idiot Bist du dumm? Man kommt trotzdem nicht runter So, bau mal die auf Hab Julians Clothesick missbraucht Hör auf mich Hör auf mich Oh megeil Schrecklich Manny, jetzt muss ich hier wieder Plattform setzen Echt, siehst du? Hallo? Bist du dumm? Bist du dumm? Das ist Eisen Ja, ja Ja und? Ich geh aber in Hölle Der Penis Das ist Plattform, Manny Ich hab Angst in der Hölle Hier sind so viele Höllenmonster Das sind meine ganzen Das ist mein Geld Das will ich wieder Hör auf mich So lange So lange Alles lade Und da unten ist schon der erste Dämon Ja Hoho Ich hab auch grad schon gegen einen gekämpft Ja, ich hab aber keinen Boomer-Rank Hilfe! Ein Deutsch! Epische Höllenabenteuer Mit Benni und Julian Oh Der Slot Ja Fisch am Arsch Ich bin eh Hör auf mich Ich bin eh Hör auf mich Ich bin eh Hör auf mich Hör auf mich Ich bin eh Ich hoffe wir werden uns mal einbauen Ja Der macht gar nichts Hör auf mich Hör auf mich zu verfrügeln Es war mit dem Boomerang verfrügeln NEIN Abfauen ist die beste Method Ich bin ja nicht unter springt Ich auch nicht auf ihn Hammer geil! Clim! nicht rechts, nicht rechts Nicht rechts Ja Kat, bist du aber bisher am Ende ancora Ich habe jetzt was nicht heruntergehen. Doch, ich will die warst. Ne, also wir müssen jetzt mal alles bewusst haben und dann können wir erstmal das Auge umlegen. Das müssen wir jetzt mal besser sagen kriegen. Ja, kommt. Wir haben jetzt eine. Didn't bounce. Macht euch alle Flammenpfeile, ja. Ich habe schon 99 Flammenpfeile. Marsch! Woher, du Arschloch? Niemals. Hast du? Hast du einen Bogen? Ja. Boah Daniel, ich meine Haidu, ich meine Heiko, ich meine irgendjemand. Es sind jetzt viele Bahnen. Benni! Erstmal Goldbogenquaffen. So. Benni, was hast du alles in Rüstung? Nur Kupfer, oder? Kupfer, ja. Dann geht es mal in Hanisch. Wieso braucht ihr das ganze Eisenheit? Was ich gefarmt habe. Wof. Ah. Äh, Bernhard, hast du fünf Bahnen? Willst du mich verarschen? Da lag alles drin. Arsch! Da lag 50. Ja, das war alles. Ja, das war alles. Du Idiot. Ha. Zu wenig. Jetzt wird das Goldklauen unter die Hölle schmeißen. Wouah. Wouah, weg mit dem Gold. Arsch! Ich brauche kein Mining Helm Bring Julian um Julian ist so leise Ich baue dir einen Penis Na klar, das bringt mir sehr viel Benni, hast du Eis bauen? Nein, aber Eis und gerade abbauen Ja dann komm schnell hier hoch Julian klaut das ganze Gold Das Eisen und das Koffer und das irgendwas Und das alles Danke Ja das kann man sowieso vergessen Mit Auge Es ist 3 Uhr früh Ja Wenn jemand schneller aufgetaucht hätte, wäre das alles passiert Ich habe ja nicht so einen Cheater-Spiegel wie hier Die benutzt aber okay Ich baue dir einen Penis Julian, hör auf mit Penis Penis Penis, Penis, Penis Die sammelt kein Gel Als Zylonschuld Komm Gel, ich habe Gel, gib hier Gib mir Holz Ich habe kein Holz Das muss man hier selber machen Gib mir Eisen Gib mir Eisen Ich habe kein Eisen Gib mir Eisen Gib mir Eisen Ich habe kein Eisen Gib mir mehr Eisen Ich habe kein Eisen Gib mir mehr Eisen Ich habe kein Geld Ich habe kein Geld Ich habe kein Geld Ich habe ein Arsch gemacht, du Bauern Ja, und wieso kein Helm? Der reicht doch Der hätte sogar für dich noch einen Helm craften können Echt? Das mache ich mir erstmal Jetzt gehe ich mir erstmal Holz fahren und mache mir eine Eisenachst Falsch Ich habe ein bisschen Pedo Hä? Ja? 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 Julian ist voll leise bei mir, Mann Ich warte, das ist ja gut Dann hört man dir wieder Ja? Scherz Jetzt ist er wieder voll leise AHHHHH Immer noch leise AHHHHH Geil Was geht mit dir, Julian? Muss ich mal lauter, ja Arsch Gesterben Ist ja nicht mein Problem, wenn man dich dann nicht wiederhört Ja? Ja Was? Jetzt wollen wir auf Wegen Keine Eisenharnisch Können wir jetzt erstmal keine Eisenachs machen Huah Arsch Ich glaube Pedophile Oder einen Eisenhammer? Nein Ich mache mir einfach eine Toilette Arsch Die brauchst du auch Ja, brauch ich auch Benni, was ist für eine Pickaxe? Äh, Eisen Eisen Eisen, okay Ich habe auch Eisen Bam Ich habe Gold Am Arsch Vedo Ich habe Silberbreitschwert auf Legendär Ich schlage dieses Holzschwert am Arsch Ich mache mir gerade Ich habe mir gerade Feuerpfeile gemacht Benni, ist das für ein Schwert? Ähm, Eisenschwert Eisenbreitschwert Seh du das Schwert? Hey Apo Ja Ja Das ist auch ein Mann Ja Ja Ich habe einen gefunden Okay, habe ich das Eisen schon mal für Drei Eisenketten für mich gemacht Oh Julian, hör auf Mann Drei Eisen Und dreht jetzt wieder normal Was ist die Ritte? Wett, lauter Oh, Scheiße, was geht mit dir, ja? Echt mal Dein Netzwerk ist kaputt Hallo? Besser 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 Weißt du, ich weiß nicht warum, aber unten bei der Lava lag jede Menge, jede Menge Items Los, go, go Jump Jump Da lag ein Haken dabei, deswegen hab ich ihn eingesammelt Marsch, das ist was hier, man Das war sicher meiner Marsch, das war keiner von euch Marsch Wenige, wir nix mehr, der ist einfach nur gierig, hör mal Ian, du hast doch schon einen Haken Pssst Kann ich mal mich fragen Darf ich eine Oma haben hier, bittchen, du hast auch schon Magic Mirror Gar nicht wahr Echt mal Julian hat halt alles, weil er einfach nur Alles Er hat noch keine Flügel Wo seid ihr eigentlich Den kleiner Vagina Echt mal, wo seid ihr Da, der hat bestimmt den Haken geklaut Ja Das seh ich direkt hier an, ey Man müsste so ne Mopfalle bauen, ja Mit Lava Hier lag ja ein Haken Lava Was? Lava doch nicht Ja, war ein Spaß Sprünge dich jetzt um Pvp an, dann bring ich dich auf Arsch, dann gehe ich runter Arsch, dann gehe ich runter Arsch, dann gehe ich runter Warum mache ich hier auf? Wenn du denklich bist Warum will ich den Haken auch haben? Fight me Sprünge doch nicht in die Lava, ihr Pisser Es ist Julian schuld Mhm Vor allem hab ich gar nichts gemacht Weil der mich mobbt Ich mobbe dich, Hammergern Jetzt muss ich zurückmobben Hammergern, ein Skelett-Tron Nee Deine Mama-Tron Ein Silber-Coin Deine Mama-Coin Am Arsch Deine Mama Am Arsch Deine Mama ist am Arsch, ja Du bist am Arsch Nee Du bist ein Arsch Ja, ich bin am Arsch Deiner Mutter Schnauzearsch Wie? Geben jetzt den Haken Da war ein Haken gleich Ich hab's genau wissen Geh da oben den Feuerwehr sammeln Los, du hast ja einen Endhaken Geh da oben den Feuerwehr sammeln Geh da oben den Feuerwehr sammeln Noob 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 Hör mal, schubst der da einfach Oh, ein Skelett Oh, ein Skelett Noo Julian Camp Nein! Stopp! Fick dich! Nein! Please! Don't! Don't stop! Und dann jumps einfach in die Lauf! Der Suizid kommt mal nur hier! Wo ist eigentlich die Krankenschwester? Wo bin ich wieder rum? Da rechts, äh links! Werden die nicht runter gehen? Bin doch schon unten! Was?! Ohne uns?! Bennys von Pädophila, hast du mal gemerkt? Was macht jetzt die Tür aus? Egal, ob was ich dir eben einreißen! Moorogl! Da kannst du die Tollste wieder hinsetzen! Am Arsch! Da bleib ich hier! Leuchte stark! Flieg und Sieg! Am Arsch! Mit dem normalen Boomerang kann man gar nichts machen, man! Scheiße, der leuchtet noch nicht mal, ne? Ja, deiner ist wie geil! Da kann man wenigstens diesen Höllenfeuer... Boomerang! Ah ja, stimmt! Daraus kann man den Helmfeuer Boomerang machen! Der ist aber geil, oder? Drum klebt da ein Stick ja, wenn da nicht mal ein Stick geht... Machst du meine Klebesticks? Da war nicht mal ein Klebesticks! Oh, Muttersch! Am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Alter, geil! Voll viel Skelette! Die dürfen hier nicht in die Lover springen! Warum? Ja, ich will den Harten haben! Am Arsch, wo slayen bei Maddler slayen! Ja, da ist immer voll rein, ne? Ach, ja. Das ist auf einmal nicht mehr gut. Es macht geil, wie einfach der Schleim verschwindet, wenn man... Sonst kommt noch ein Skelett. Das sind grüne Edelsterne. Hast du einen Haken? Nein. Warte, warte, muss ich gucken. Hier ist ein Skelett. Ich glaube, der hat einen Haken getroppt und ist dann in Lava gefallen. Spring in die Lava! Hm, schau aus wie die Karte das. Ich komm zu dir und jump in die Lava rein. Mach ich auch immer. Ich spring auch immer in Lava, wenn da irgendwas ist. Bleibt da stehen, wo der reingefallen ist. Ne. Doch! Junge, der ist in Lava gefallen, der ist weg, du Bauer. Ne, die Items bleiben unten liegen. Oh, geil. Oh, das könnte aber nur ein Silver Coin gewesen sein, aber... Ist mir scheißegal. Ich hab ja nur die vier Gold Coins dabei. Ich hab die Karte am Arsch. Ich hab die Karte am Arsch. Ich hab die Karte am Arsch. Jetzt f*** dich, Mann. Fick dich mal an! Das ist Raper Skelett, ey. Echt geil, Raper Skelett. Echt geil, Raper Skelett. Echt, ey, um den Arsch. Bleibt er jetzt stehen? Junge... Bleibt er jetzt stehen? Das war rechts, wenn du runter gehst. Wenn die Lava anfängt, rechts. Wollten wir nicht eigentlich den Wurm versuchen? Juhu! Sorge. Auge, nicht Wurm. Ähm, okay, das ist Auge. Wurm anfassen und den umbringt, ja. Aber schrecklich. Dann müssen wir uns wieder Granaten kaufen. Nee, das geht auch so. Nein, ich nehme nicht die billige Scheißdinger, ja. Von dem muss man Granaten nehmen. Ah ja, den Wurm schon, ja. Ist logisch, logisch. Marsch! Ja, so heißt du. Julian heißt mit dem Nachnamen Am Arsch. Julian Am Arsch? Hochhauser. Hochhauser. Was geht mit dir? Wir haben noch nie jemanden getroffen, der Hochhauser heißt. Wir sterben, wir sterben, Benni. Benni, töte es! Töte es nicht. Alter, wo geht es auf mich? Gib es Kuchen. Warum geht es auf mich? Ja, echt mal. Helfen die Julian, ey. Wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen, oder? Keine Ahnung. Zeig mir die Uhrzeit. Ah ne, zwei Minuten noch, glaube ich, oder? Ja. Ne, es geht nicht, Karsten, wir müssen bis 10, weil Julian hat so lange rumgetrödelt. Am Arsch rum, ich! Jünger, hier sind diese Scheibs Gegner. Hochhauser. Ruhig vielleicht. Am Arsch, Mann. Wieso darf ich die ganze Zeit deinen, äh, 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 Krankenhausnamen meine ich, äh, 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 dein ähm, Krankternamen? HURREST! Alles die Julian's Schuld. Am Arsch, Mann, ich mach doch gar nix! Doch. Ja, schubst du ja auf, Mann. Der stirb, der stirb erinnert dich! Komm, es geht noch ne Stunde. Nee, ganz bestimmt nicht. Ich muss morgen arbeiten. Und? Danny, du musst nicht arbeiten, das ist ne Illusion. Ich muss auch nicht arbeiten. Ja, Gott sei. Und schläft nicht in der Nacht. Am Arsch, ich hab mir noch nix gegessen, Mann. Ich glaub, ich muss mir da was fest. Echt, Mann. Ja. Oh, ich glaub, ich hol mir jetzt nen Du-Klo. Du darfst nicht während der Aufnahme, Mann. Ja, Mann. Warum? Wieso ist Daniel wieder hier? Danny ist hier? Ja, ich, äh, ich glaub, er hat sich gemütet. Aber ich sehe, dass er zugekommen ist und bin. Aber im zweiten Bildschirm. Es rauscht. Ja. Ja. Äh, äh. Hör mal! Hör mal, Daniel. Hör mal, Daniel. Was willst du? Hör mal, Daniel. Hör mal, Daniel. Er will jetzt in jeder Folge einen Auftritt haben. Hör. Troll. Wie spielt haben wir denn jetzt, Fanny? Tren. 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 Tren.